Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Da nur ein Wahlvorschlag vorliegt, schlage ich, meine Damen und Herren, vor, im Sinne des Paragrafen 87 Absatz 7 GOG, durch Aufstehen und Sitzenbleiben abzustimmen. Erhebt sich dagegen ein Einwand? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich jene Damen und Herren, die dem Antrag des Hauptausschusses in 449 der Beilagen, wonach die Abgeordneten zum Nationalrat Otto Pendl, Mag. Michael Hammer sowie Dr. Reinhard Eugenbösch zu Vorsitzenden der Parlamentarischen Bundesheerkommission, für die am 1. Jänner 2015 beginnende sechsjährige Funktionsperiode gewählt werden, ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist einstimmig angenommen.